Haben wir nicht noch ein, vielleicht noch, hier so eine Streamer-Compilation? Wäre vielleicht auch ganz witzig. Eine Streamer-Compilation? Ja gut, Twitch-Shermany-Content, das war doch immer geil. Da habe ich ja sehr Bock drauf. Okay, mach. Ich habe mir am Besten gegeben, dass das Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier oben rechts hin. Okay, ich habe es. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Ich habe mir noch niemand gesagt. Und Kevin, deine Brille sitzt immer noch schief. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community-Discord, Linken ist unter der Beschreibung, oder über meinen Twitter, Und ja. Das sind doch nur Twitch-Clips, what the fuck. Ja, ist doch witzig, oder? Achso, wegen TOS meinst du jetzt? Ja gut, aber auch Twitch-Clips können TOS sein. Sind drei nach, drei Dinge als, äh, als, äh, Dings, drei Dinge als, wie heißt es? Drei nach, äh, alle guten Dinge sind drei, sind? Denkt auch nach, alle drei, alle drei Dinge sind guten. Mann! Ja, der, der so... Was? Danny, jetzt... Viel zu denken. Nein, guck, ich mache jetzt 10 auf Ansage. ...stellt uns, diese eine Person ist wegen mir... ...bitte immer respektlos bleiben, die ganze Zeit bei allen, bei allen respektlos bleiben, aber... You know, she would come out and dig. Graben. And she would find little insects. Junge! And she would start eating, you know. Allah, salam, halle, 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 halle. Danny, wie wir jetzt trinken, Trinkalkohol, fachsprachlich noch genannt. Trinkalkohol. Ähm, Saufgetränk. Oh nee, du hast gerade gegessen. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Oh nee, weg, 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 weg. Nein, nein. Geh, 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 geh. Nee, geh, 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 geh. Weg, geh, 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 geh. Weg, geh, 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 geh. Weg, geh, 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 geh. Der wollte so süffig mit seinem Scheiß ankommen. Der wollte so reinsüffen. Guter Spot, um Pause zu machen. Der wollte kurz an meine Maus gehen mit einem Pizzastück in der Hand. Das macht mich anders. Fucking. Ich hätte da so Schiss, dass der Stuhl gegen das Aquarium kommt. Ja, nee, aber das Aquarium hat wahrscheinlich irgendwie... Dann hat er sofort einen 200.000 Euro Schaden. Glaubt ihr, die Aquarium-Sände sind extrem dick. Ist das ein Waschbär? Ich glaube, ich lasse den mit einem Spül kaputt. Oder halt Small, das ist ein Otter. Ah, wir finischen das noch schnell. Scheiß drauf. Das ist das beste Schicksal. Geh, 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 zu. HTTPS-doppelpunkt-slash-slash-www-punt-nordvpn.com-slash-sascha Heute macht's den Meininkommen. Ich verlässt dich nicht vom Marni. I Swallow.com. Also, ich reagier gerade nur und rede eigentlich gar nicht, weil ich gar nichts zu sagen habe zu diesem Mafia-Geschäft. Da habe ich gar keine Ahnung von. Aber ich bedanke mich trotzdem bei dir für deine 2 Euro. Ich save mich sicherlich aus einer Kultur, wo du so voll normal bist, dass man einfach so Sex mit deinen Freunden hat, aber dann so ganz normal weiter chillert. Das wäre nicht. Das wäre auch lustig. Ja, das wäre lustig auf jeden Fall. Bei Phineas und Ferb, wie heißt er nochmal, die Schwester? Schwester. Schwester. Candice, oder? Wie nochmal, sorry? Candice? Candice, dick fit in your mouth. Ich habe keine Milch-Schnitte gegessen heute. Geht raus, sprüht an die Wände oder geht raus, zerstellt ein paar Reifen und schlag ein paar Scheiben. Ja, 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 Rezo ist mein linker Antifa-Kumpass. Chat, ist euch mal aufgefallen, dass letztes Jahr 2020 war? Jetzt nicht verkacken. Das war so ein Scheiß-Game, Alter. Das ist ein geiles... Was tockst du, wenn ich nicht dabei bin, Mann? Alles Mögliche, Bro. Bro, Alter. Im Gegenteil, wir freuen uns auf jede Mission. Weißt du, Johnny Sins? Fehlten nur noch die Heimwürfel, der F-35. Weißt du, der Pilot, Johnny Sins? Ey, aber ich komme schon. Er ist doch auch nicht von gestern, oder? Also das kann der doch nicht... Johnny Sins. Jeder kennt den Namen Johnny Sins. What the fuck? Also ob er ihn nicht kennt. Ja, sei froh. Jungs, das kann man zu allem sagen. Ich kann auch sagen, Yo, Leute in der Afrika haben auch keine Channel-Points. Seid froh, dass ihr überhaupt nicht habt. Zone auch. Was war das? Aus dem Zusammenhang mit dem Spiel, er hat ein richtig, richtig langes Build-Battle. Richtig lange. Aber der kam einfach zu... Er hat wirklich ein super langes Build-Battle gegen den Sweater gehabt. Er hat ihn dann abgebaut. Kam einfach viel zu spät, der Schrei auch. Du hast erst geschrien, dass du irgendwie... Ich dachte, ich kann mich noch da irgendwo runterbauen. Unter mir ist noch was. Da hab ich gesehen, da ist gar nichts mehr. Der Kevin sieht auch ein bisschen aus wie ein Hamster, oder? Ist das ein Vogel? Erinnert euch, wenn ihr als Kind eure Finger in der Tür eingeklemmt habt. Und ich hab jetzt letztens imagined, was ist, wenn du deinen Dick so an der Tür einklemmst? Verpiss mich, geh weg! Arschloch, Pipi, Mann, Wichser! Boah! Schlecht! Schlecht! Ey, das war der Clip, wo ich kurz rauskomme. Oh Gott! Du musstest rum ins Clip gucken, ey. Nee, das war das Ding, was passiert war, als sie nicht drin war. Er wollte die Folie wegschmeißen, er hat es nicht gepackt. Das ist echt feindlich. Bin raus, Amina Koyim. Was ist die, dass die Knossen ist? Ich glaube, wir können Freunde sein. Moin! Nur Loser brennt. Fleisch auf Madeira. In dem Moment erwacht Simon Unge. Auf Madeira aus seinem Mittagsschlaf. Wir werden raten. Boah. Was? Das tut weh. Die Ehre. Aua. Ob ne Frau, ob du nach, also nachvollziehst du mit den Onlyfans hast, ist doch komplett normal. Got lost in the game. Oh baby, baby. Ah, alter Papageien. Julian Bam. Du hast kleine Hoden. Let it go. Let it go. I don't want it. Was ist mit Mr. Newstime passiert? Ich lieb den Typ. Warum lachst du? Weil es so geil ist. Ich finde es einfach mega geil. Er sitzt da einfach und singt Let it go. Was ein geiler Typ. Win the wind and sky. Das heißt also, du gehst runter. Bam! Ekaramba. Zeig mir deinen Tanga. Ich spendiere dir eine eiskalte Fanta. Ich mag die Lippen, die Titten, den Po. Komm, lass. Angeln. Auf Klo. Deine Waage ist kaputt. Da steht da wie 85 Kilo. Ich hab ne Waage. Äh, ja, wir starten einen Scheiß drauf. 3, 2, 3, 2, 1, 2. Ich hab tatsächlich einen Streamer, der heißt Papa Fluffy, okay? Und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Ist das richtig? Ooooooh. Hätte ich mich als 7-Jähriger mal ein bisschen zusammengerissen. Ich brauch das. Jetzt seht ihr, ich hab hier Kupfer erst. Das mach ich zu Kupfer barren. Und die Kupfer barren kommt dann zum Draht. Mann, wie langsam ich da ankomme auch, gell? Du hast es ja gar nicht hier. Warte mal. Voll dringend Erklärung. Warte mal. Ich hab hier Kupfer. Ich bereite das erst sorgfältig vor. Drücke den Anknopf. Die Kupfer barren kommt dann zum Draht. Nee, assi, Alter. Seitdem, das muss ich nochmal sagen, seit diesen 40 Elektroschlägen in 20 Stunden, ist die Innenseite von meinem kleinen Finger komplett taub. Also ich kann den ganzen Mal bewegen und alles funktioniert. Aber das ist hier, ich, ich hab, ich, hier ist, Das ist so legenden Content gewesen, ich liebste. Du bist echt, du hast echt nie erwartet. Was? Was? Ey, was machst du denn das Scheiße? Wenn ich schon Happy Build hab, dann will ich auch diese Scheiße zum Trinken. Au, 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 au. Machst du das mal hin, mach, 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 mach. Da steht, wenn das das nicht anfasst, das klemmt einem die Finger. Ich hasse meine Hater. Mach nach hin, Resensieber. Komm, gib's mir. Schieb mir ordentlich hin. Ja, fick mich. Komm, gib mir deinen Cock. Ich bin ein bisschen nervös, was hier jetzt kommt. Hast du schon mal Reef gebankt? Tarek, Sperma, Martin. So schlimm war die Freiheit jetzt auch nicht. Hey, das ist das Spiel, was ich auch nicht gespielt hab. Wahrscheinlich wird sich auch gleich runterfallen. Der Sprung ist übrigens scheiße. Ich ruf erst mal an, meine Sister, die mich leckt dann. Corona ist schon hardcore. Das ist ja wirklich... Alles ist einfach komplett am Ende. Dass dieser Box-Sack so safe in diese Vitrine reinsteigen wird, ne? Oh. Ähm. Warum schon hier meinen Tee? Viele Leute gehen her und sagen so, so ein geiles Produkt. Nein, Leute, es ist nicht so ein geiles Produkt. Man geht her und muss es entweder, man sagt es gar nicht oder aus vollster Seele. Und wenn ihr es sagen wollt, dann bitte so... Kann man da nicht einfach einen Anker schmeißen? Oha, Schuh, blinde Leute sehen ja nicht. Ich bin so blessed, aber auch so fucking stressed out. Baby girl, du siehst ja perfekt aus. Deine Kurven brennen sich straight in meinen Letztat. Und jetzt, und jetzt zieh dich aus. Ich mach grad den Sekt auf. Ich mach' nicht verrückt, denn je vom Angels will das verほ like ass. Ich halte die einen, dann siehst du mäng' besser. Vom Läng' bis am Läng' besser. Boah, ich mach' so's. Dicke, holy shit. Hau, Schuh, holly. It's your birthday, ich bin so ein... Ich bin so ein... Ich bin so ein... Du siehst ganz süß aus mit deiner... Du bist mein bester Freund, nämlich Turk. Alter, ich mach' geil. Das ist kein Arsch, holy shit. Jojo Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Video hier und zwar wollte ich hier nur kurz sagen, dass ich von Hive gebannt bin, wieder mal wegen Rassismus Mein Gott Gutes Video Alles geil, was würde ich wieder wieder Gutes Video Gutes Video Gutes Video